heilig nach außen und willkommen zurück zur Speckers Selle 1 er sei ja eben gerade das siebte Kapitel angefangen und wir gehen zu heute nach vorne mal gucken sind sie zu erwarten wird einer sind sie los Mensch hier ist noch gar nicht so natürlich ist es wo das war geschmeidig hallo von wo kommen die schüsse e hast du ein Problem mit ihm ähm er hat uns vorhin den Arsch gerettet und im Moment haben wir nur ihn die Waffe ist kacke deswegen nehme ich nochmal die hey hier ich glaube ich weiß wie wir hier raus kommen okay ist ja stirbt der da erstmal ihr zwei halten Abstand boah ey ganzes Magazin jetzt hier verballert Mensch haltet euch an mich vorwärts ok dann gehen wir jetzt mal raus na los ok wow oh oh eine Spur von Gold ja mit dem Heli toll ähm wow scheiße siehst du wo Gold hin ist ich sehe gar nichts durch den Rauch los runter vielleicht ist er verletzt oh ähm oh hier lebt noch einer tötet es hä oh jetzt ist er tot von der neuen Gesichter halte hatte ein Dubai die Schicksal dann sagen wir uns mal ab boah alter halt mal ganz entspannt ey seht mal Zeichen der Revolution ein scheißdreck ist das alter ja das stimmt allerdings naja was für ein Kampf hier ey sowas baut man nicht mal eben doch ähm er trägt Army Sachen der ist von der 33sten ob das die CIA war unmöglich der Kerl ist schon zu lange tot alter oh mein Gott die hängen hier alle wer zum Teufel macht sowas darüber will ich jetzt lieber gar nicht nachdenken Achtung Soldaten 12 Uhr sind wir entdeckt noch nicht fein die Sicht scheiße Feueröffel warum schieße ich wenn er wenn die gesagt haben noch nicht entdeckt sie bewegen sich hallo ich muss nachladen aber da oben auch noch irgendwo einer hey hier kommen noch mehr wo kommen noch mehr da ist einer aber hier war trotzdem irgendwo einer ich hab keine Ahnung wo der jetzt ist ich hab grad seinen scheiß Kopf weggehauen alter ähm ähm schau da ist jetzt irgendwie so sie sind überall klefft die Flanken tot wo ist das schwere MG da kommt man doch gar nicht hin du wieder nach hallo sie verarschen da muss er tausendmal schießen tritt nicht ja die treffen natürlich direkt dass da jetzt nicht einer von oben kommt wo ist das was ist da da ich wusste es so der eine oder ja jetzt sicher gar keinen mehr wo sind die herren der wird uns verarschen verträumt so ja hallo etwas macht ihr denn alter so dort ist der junge die 33 sie soll sich zurückhalten das hilft doch niemanden jetzt erinnern sie sich ja nicht die gate ist alles gesperrt ok naja gehen wir mal weiter aber ich wechsle die waffe ist mir zu doof kann ich nichts mit anfangen verdammt ich vergesse es immer wieder so wenn man eine leertaste muss um runter zu spielen man ist das ja widerlich ok der lebt noch alter verrecken hier gerade alle riecht ihr das machst du witze wir stehen hier knietief in leichen klar rieche ich das nein nicht das oh oh scheiße boah weißer phosphor warum tun die das das was soll das die leute waren besiegt der kampf vorbei er ist eine botschaft an die überlebenden legt euch nicht mit uns an was für überlebende hässlicher typischer zu dem ok warum machen die das das verstehe ich nicht oder ein scharfschützengewehr aber es geht auch nicht weiter so sie sagen sie sprechen für diese leute verweisen sie mir dass es so ist nein ich hab nichts getan alter oh oh wenn ich es nicht besser wüsste würde ich sie für Narren halten oder Lebensmittel ich meine wenn jemand das Gate frontal angreift ich glaube ihr kleiner Angriff hat nur ein Ablenkungsmanöver um ihrem Partner Agent Riggs zu helfen sagen sie mir wo er ist ok der nächste langsam wir müssen was clever angehen ok gut ist da und ich hab freie Sicht wenn wir jetzt feuern sterben diese Zivilisten bedeutet dir das nichts das sind auch nur drei Gegner und wir sind drei schießtypi ist das hallo ich mach ja mal los nein 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 scheiß drauf ich schalte ihn aus warte den Befehl ab einfach schießen kommt schon alter du übernimmst den Rest ja immer noch schweigsam Agent wenn sie kapieren würden was sie diesen Menschen angetan haben bringt ihn her Walker hier drüben wir müssen die Zivilisten retten das ist unsere Chance Walker wir haben freie Bahn zu Gould was ist mit den Zivilisten wir müssen sie retten ich weiß es ist zum kotzen aber Gould ist wichtig für unsere Mission die Zivilisten nicht unsere Mission heißt Menschen retten ja bitte Captain wir brauchen Gould lass mich schießen wir dürfen diese Menschen nicht sterben lassen Walker du weißt dass ich recht habe kann ich jetzt endlich mal zielen fangt an fangt an unterwegs wir müssen Gould retten wir haben Besuch so scheiße wer kriegt Besuch wo Scharfschütze 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 wo ist der wo ist der wo ist der da oben so da ist ein da ist sie wir sind sie sie wo er läuft wo 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 wie okay stirbt los kann ich auch hier rauskommen boah und das scheiß geschützt so jetzt sieht das doch schon mal anders aus so noch welche einmal man mann ich habe es jetzt machen ich habe hier schöne gewehr das ist sicher ich glaube das waren alle okay was ist passiert die atmung hat ausgesetzt der sand du stirbst mir nicht mann du musst dich für deinen scheiß verantworten komm schon höh auf mann er ist tot scheiße scheiße was ist das eine karte ich schätze goals einsatzplan ok das ist das geld von dem die rede war na und gut war sogar bereit dafür zu sterben logo ich finde das bedeutet ziemlich viel ja irgendwie schon aber ich habe keine munition mehr ich muss irgendwas tun da ist eine muni box ich brauche das schade schade wir sind hier auf dem präsentierten walker okay vorwärts bewegen wir gehen jetzt garantiert noch nicht vorwärts also beenden wir die aufnahme hier an dieser stelle und ja wir sehen uns einfach im nächsten part wieder und mal gucken wie es dann weitergehen wird bis dann ciao